ARD Text im Auftrag von Funk Das schöne ist, da kam natürlich, ähm, möglicherweise habe ich sie diesmal gekommen sehen, da kamen, als ich meinen Sack geholt habe, nochmal zwei Creeper Und haben alles, was ich nicht aufsammeln konnte, weggesprengt und das hatte meine Rüstung Das war also eine Eisenrüstung Jupp Die erschweren Lapis habe ich alles wieder, selbst diesen verzauberten Bogen habe ich wieder Na süß da Die Skelette mögen mich nicht Pass auf, ohne Rüstung machen die irre viel Damage, habe ich nicht mitbekommen Ich laufe im Gegensatz zu dir mit einer Eisenrüstung durchgegehen Ich habe mittlerweile auch wieder eine, aber ich meine ja nur Hey, wir haben eine Babykuh Noch eine Ja, das hatte ich nämlich auch Der ist von der Decke runtergefallen, so schnell konnte ich gar nicht reagieren Genau, das hatte ich auch Genau das hatte ich Ich weiß, ich weiß aber nicht Doch, ich könnte mir jetzt vorstellen, wo ich bin Schnell mal Mal die Kritze auch noch mal unten in die Mine gehen Ich gehe dann später auch noch mal runter, natürlich Aber voll gemein sowas eigentlich, oder? Ja Also die haben sie irgendwie, diese Explosionszeit haben sie echt verkürzt Ich habe den Server jetzt vorhin, wo ihr meintet, der läuft wieder auf normal auf hart gestellt Ja, sonst wären wir auch nicht gestorben durch einen, mit Eisenrüstung durch einen normalen Küper, der in der Nähe ist Und ich denke mal, das betrifft dann auch die Explosionszeit, dass das viel schneller geht Meinst du? Ja Aber du musst dir das mal so überlegen, das ist wirklich nur so Ah, ein Bumm Genau Ja, wie so ein Knaller mit kurzer Zündschmuh halt Mit extrem kurzer Zündschmuh, da kannst du nicht mal ein Wort sagen Doch Doch Ah Ja, das Hälfte von dem A ist schon während dem Kopf ist Jetzt muss ich gucken, ich will jetzt auch da runter Ich will auch noch eine Runde fahren Ich suche gerade meine Einzelteile zusammen Das hört sich echt creepy an Ich habe aber alles wiederbekommen Ich muss mir halt echt mal unsere Koordinaten bemerken Äh, Set Home Stimmt Klar kannst du das hier machen Ey, toll, dann kann ich mich doch immer wieder zurückgepinnen Das ist viel zu viel Wiesig, wiesig, wiesig Ne, wenn wir auf Erkundung sind, nö, da laufen wir zurück Ja, aber ich meine auch aus Gefahrensituationen, ich kenn mich, dann mach ich einfach das Flash Home Ach ja, okay, stimmt, da müssen wir es jetzt hier offiziell festlegen, ja oder nein Ich wäre halt relativ dagegen Hä, wir hatten Auch wenn ich schon gestorben bin Äh, bei wem ist denn hier im Gang ein Creeper explodiert? Bei mir nicht Hier fehlt Welchen Gang? Äh, runterzus Gut, aber eigentlich das sagt, in meiner Theorie, leuchte aus Ne, weil dort fehlen zwei Stairs, also Treppen und links und rechts geht es ein bisschen in die Wand rein, einfach wie so eine Explosionsschule Ne, ne, ne Die hab ich ja irgendwann aufgesammelt wahrscheinlich Kann doch sein, dass ein Skelett und ein Creeper sich gegenseitig nicht riechen konnten, ne Ja, ich bin im Minenschacht explodiert Tja, besser da, als da, wo dein Bett steht Warum? Wie weit sind wir jetzt vom Haumspunkt auch nicht entfernt? Also wir verwenden jetzt einfach erstmal nicht mehr, oder? Du hast das Haum? Hm? Nö, wenn ihr das nicht wollt Ich will mir eure Lösung hau Wenn ihr das nicht wollt, dann machen wir das nicht Weil ich hatte das wirklich anfangs so gedacht, dass man für weit entfernte Strecken bestimmte Waypoints einrichtet Aber das fällt ja durch die Schiene nicht so weit Ja, und ich, das Plugin ist ja noch drauf und der Ersteller beschreibt ja, man soll eine Fackel setzen, angucken Slash, äh, Way, warte Äh, Waystrains Und dann ist der erstellt worden Das hab ich getestet, dann hab ich woanders ne zweite Fackel gesetzt Ging gar nichts, ich hab nicht mal die, äh, Gui, oder wie man das nennt, bekommen Das ist ganz seltsame Ich hab die erst gefunden Dann bau auf Hm, da muss ich mich jetzt erstmal hinbauen Über einen Lavasee und zwei Wasserseen Du machst das schon Hm Und hinter mir taucht dann auf einmal ein Pieper auf Ich seh's, komm Ich seh's, komm Ich seh's, komm Find's mir auf, w- Hm Ach siehst du mich? Nein, wo du baust, hausmäßig Ach so, ich habe jetzt gedacht du meinst jetzt hier eine Mine Nein, 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 da geht keine Ahnung Ich bete Ich habe nicht zu viel versprochen Jetzt gilt es eigentlich ja nur noch irgendwann heil nach Hause zu kommen Ja, hey da ist Darko unten Ich habe einen Creeper gehört, der ist runter geplumpst Darko behalte ein Viehzeug bei dir Ja, das mache ich nicht So, das Ding baue ich jetzt mal in die Erde rein, das sieht doch besser aus So, hier, so, so, dann geht es hier los Was machst du jetzt? Ich baue gerade die Seiten, also ich zeichne die Seitengänge an für den Minenschacht Weil da reichen ja eben blockbreite Sachen aus Ach so, dann könnte es sowieso sein, dass ich dir gerade was kaputt mache Boah, weh, da baust du es wieder zu Ja, weil guck mal Du siehst mich ja als Namecheck Äh, naja, du bist in der Höhle Ich bin ja noch im Gang Ach so Ja, weil hier hatte ich mich jetzt einfach mal so reingekommen Da hinten pimmelt der Justin irgendwo rum Siehst du mich? Ja, ich sehe deinen Namecheck An der Stelle habe ich auch zwei Adern Dias gefunden Ja, ich habe Dias Aber irgendwie ist mir das gerade, ähm Fünf Stück Sehr unzumutsam Oh, hier sind die erst in der Tasche Ne, den Fehler mache ich nicht nochmal Was? Ach so Äh, Justin, für dich als Warnhinweis Wir haben Weinmeiner drauf Sag mir nix Sneaken und Abbau Genau, wenn du sneakst, baust du alles, äh, auf einmal ab, was du da gerade anklickst Und abbaust Ach so Ach, hier bin ich Ich sehe jetzt auch, auch irgendeinen Tag Ich glaube, so kurz wie der ist, ist das Ike? Äh Mag sein, weil ich bin schon ein bisschen weiter weg Ich sehe deinen gerade nicht, aber Darko sein sehe ich noch Nach oben guckern Ja, dann bin ich das und der Darko sucht direkt unter dir Den sehe ich nicht Der will wieder von niemandem gesehen werden, der Hund ist Der ist nicht bestimmt Jetzt habe ich verzeihung, gucke ich es nicht Nimm mal diese Ausrede Warum auch nicht So, das hier bleibt zu Wir haben hier ja kein GPP Projekt Neee Also muss ich auch nicht liegen Oh, ich will meine Effizienz 5 Picke wieder haben Naah Ich habe da was zu hören Ich habe da was zu hören Ich auch Ich habe da was zu hören Eieieieiei Ich habe wieder von der Decke Eieieiei Eieieiei Ähm Olaf guckt sich die Folgen alle an Der wird sich ins Fäustchen lachen Weil euch das jetzt auch mal passiert ist Eieieieiei Lass ihn doch Ganz ehrlich Hat er auch verdient, dass er mal lacht Weil wir haben ihn so ausgelacht Als ihm das 5 oder 6 mal hintereinander passiert ist Ey Skelett das ist unfair Nein Lass mich heile Lass mich entfrieden Ich höre es über mir nur wenn jemand abgeschossen wird Das ist auch fair Ich häng grad im Wasserloch fest Sagen wir auch die Faulstrauße die ich kenne Ja das ist wirklich so Ich häng im Wasserloch fest Ey ist wirklich so hier unten ist Wasser Der Justin hatte das ja vorhin noch gesehen Und du ja auch Ja Ich hab neun Dias dabei gehabt Naja Ich komm jetzt und dann Bezahlung sind neun Dias Nein Hä aber neun Dias Und ne Diaquille geht nur bis nach Ich hab zwei gefunden Also der Mieneingel geschubt Ist grad ein Quilz explodiert Hinter mir Ich bin nicht verreckt Ich glaub ich werde Explosionsschaden ausschalten müssen Sonst ist der Mieneingang ja dauerhaft kaputt Du musst ihn einfach nur mal ausleuchten Warum ich? Weil du der Einzige bist der hier Optifine drauf hat Bin ich der Einzige Stopp Bin ich der Einzige der in der Miene farm geht? Nein Ich hab den Gang übrigens schon ausgeläufelt Ich weiß nicht was du hast Fällt mir so nebenbei ein Da ich ja sonst nix sehen konnte Da ich ja sonst nix sehen konnte Äh Justin Da hab ich gerade eingesammelt Wo bist du? Hier 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 Super mir fehlt aber noch Brustplatte, Hose Schwert Lag alles noch hier oben Ne ne der ist gerade ein zweiter Quil weg Ne komm her Äh Hose Schwert war da Dein Buch Ein paar Steine Komm mal hier runter Ach ganz runter Ja warte ich komm hoch Oh ich kann auch runter kurz kommen Hat dich da nicht gesehen Das lag nämlich hier gerade Äh Ja komm mal ganz kurz mit hier Das lag da So weit weggeschossen Ja da und da Das war jetzt noch da oben und ein paar Blöcke Ja da muss ich mir eine neue Brustplatte machen Hier unten liegt auf jeden Fall nichts mehr Weil das ist unglaublich wie weit das dann weggeschossen worden ist Ich bin da oben gekrepiert Ne ich kann ja nochmal hoch lunzen gehen Ich muss erstmal jetzt was essen Ne hier ist nix mehr Ne ok dann muss ich mir neu machen Ist ja halb so wild Danke Ja kein Ding Ich glaube ich hab ein Spinn Ja da ist ein Spinn-Spawner Gift Spinn-Spawner What the fuck Achso du bist in dem Ja ja ich bin grad in der Mine Oberhalb der Schlucht Wo ganz viel Lava ist Ich werde mal versuchen ob ich den ausleuchten kann Ja Mineneingang komplett AAAAA Arsch aufskelett Ne Ich bin im Wasser gelandet Shit Scheiß Arsch aufskelett ey Ich hab nur Aja verstanden Ich hab A gerufen Ich hab A gerufen Ich hab A gerufen Können wir mal kurz schlafen gehen Wie denn ich bin unten in der Mine Die Staube Die Staube Das ist korrekt die Ne so häufig mach ich das nicht Das sind halt die Dehnheiten die man hin nimmt War ja nur eine Frage Außer dem Du hast ne Mach dir einfach schnell wieder ne Rüstung Dann hast du ein Schwert Und dann Dann kriegst du die Bombs Hab ich So So Wo war das Arschloch Skelett Ich hoffe das ist mir in den Tod Es ist in den Tod gesprungen Fick dich doch du Scheiß Drecksvieh Bist du wieder runter gefallen Ne Es hat mich wieder runter geschossen Schön Ich geh auch wieder in der Mine Kann jemand mal dort Wasser weg machen? Wenn ich jetzt wieder runter geschossen werde Und das kein Wasser mehr weiß ich Dass Darko da war Ich bin hunderte Blöcke weit weg So schnell kann ich nun auch nicht sprinten Außerdem du wär schon blöd Wenn du das dreimal mit dir machen lässt Ich seh dieses Kack Skelett Der halt auch einfach mal Der wichst das über mir oder was? Ike Ja da fallen die Zombies oder ja? Ähm Was ich auch noch herausgefunden habe Mal beim zufälligen Spielen Das irgendwie Wenn man Mob Reefing ausmacht Dass die Winne Keine Kinder bekommt Ha Äh Okay Also ich hab dir ja erzählt und so Aber ähm Wir hatten Mob Reefing aus Wegen den Quiepern und so Mhm Und dann haben sie die Manager Schere keine Felder abgebaut Sowie ähm 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 Keine Kinder bekommen Ne das ist aber unabhängig von dem Ganzen Nein Sobald wir es eingestellt haben Mal haben sie äh Wieder äh Kinder bekommen Ne also das ist definitiv unabhängig von allem Denn Ich hab ja eine Welt wo ich Sehr viele Minecraft Farben In der 1.12 nachgebaut hatte Äh Was heißt das äh Videos dazu gemacht habe Und die liefen auf easy Und da war Mob Reefing auch alles aus Nein nein Ähm 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 Hier auf 1.12 1.16.2 Habe ich das ähm Mitbekommen Ähm Ich weiß nicht ob da äh Irgendwas Davon sind Oder wir nur zu doof waren Ich denke mir eher war zu doof Und danach den Fehler behoben habe Zufällig Keine Ahnung Auf alle Fälle hat das bei uns nicht ganz so Funktioniert Ja ich sag mal so Das Server läuft auf Harz Hier wird es definitiv Liter Babys geben Die vermehren sich ja mittlerweile auch von ganz alleine Jaja Sobald wir ein Feld haben und so Hier ist das Skelett bei dem Spinn dran Oh Tiers Drückt meine Gänge Ja Ey Hör auf mich zu vergiften Du Arschloch Ja komm Wie lange hab ich denn den Rotz noch Vorbei Vergiftung oder Wie lange hab ich den Rotz noch Ja ich leuchte grad den Spawner aus Dass wir uns den später snacken können Ich kann den auch abbauen also Mir ist das Lattel Ich bin nämlich schon wieder vergiftet worden Der ist wieder auch geschnuppert Könnte man vielleicht für ne Mobfarm Obwohl sind ne Ja für ne Mobfarm schon ne Das mein ich ja Für ne Mobfarm sind das die ekelhaftesten Ja für mir ist das Lattel Ich kann den auch abbauen und fertig Mir auch Was brauchen wir denn im Grunde für Mobfarm Ähm In Glett Zombie 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 nicht unbedingt Skelett Creeper Ähm Blaze Moment Skelett Creeper Ähm Creeper Blaze Zombie Pigmen Und Wenns geht Ähm Endermänner Dafür müssen wir da erstmal ins End Mehr brauchen wir dafür nicht Was ist denn das für ne Scheiße Der Spawner ist 20 Blöcke weg und das fies spawnt hier Ich baue den scheiß Spawner jetzt ab ey Leck mich am Arsch So Ähm Was ist denn da halt Äh Ne Ich hab den Spawner gekriegt Ohne dass ich Silk Touch hab Ähm Hä Ich hab den Spawner im Inventar und meine Ich hab ja keine verzauberte Picke Wir haben ja noch keinen Verzauberungstisch Ne Äh Uns recht sein Ich hab da äh Äh An dem äh An der Konfi überhaupt nicht rumgespielt Äh Ja du ganz ehrlich Ist mir doch egal Also wir haben einen Spawner Kann man wenigstens äh Die ersten XP damit farmen Ja Alleine die ersten XP Ich bin krepiert und hab schon wieder 20 Level eigentlich Ich bin noch nicht krepiert und hab 20 Level Ich bin krepiert und hab 6 Level Ich bin noch nicht krepiert und hab einen Spawner So Ja Ich hab Ich hab gewonnen Du bist wie ein Mädchen Hä Hä Da war Justin noch nicht da Dieser schrille Ton Kehrt mich immer noch durch meine Ohren Als sie mit einem halben Herz aus diesem Minenschacht kam Ja Hallo Das Skelett hat mich penetriert bis zum Abwinken Das war schlimmer als ein Urologe Hehehe Hehehe Und Trachtest wem Man sollte nie mit zu wenig Essen in der Mine gehen Mit Eine alte Weisheit die ich jetzt gerade gemacht hab Du Bringst mich jetzt nicht wieder um Keeper Nein da ist noch einer Nee Ich hab keine Lust mehr Das ist ein riesen Ding Das ist unmachbar Ne unmachbar nicht aber es ist aufwendig es ist aber schön dass das wort ausleucht machen dann aber dann dreimal in den gang nicht rein in den auch nicht ganz viele und ausgeleuchtete und den nächsten spawner creeper zombie skelette da tummelt sie einfach mal alles und den nächsten sparen ich hab auch schon wieder zu sparen scheiße die folge kann auch 23 minuten aber was hast du eigentlich sicher dass alles noch mal eingestellt man findet doch nicht immer so viele sparen es ist alles ganz normal wenn man in der cave also in der main schächten sind dann schon vom menschacht sind ungefähr zwei das ist das könnte vielleicht langsam als grenzwertig ich baue die ab und nehme die mit nur also kann ich ja da gut damit ärgern ja das ist das sein haus ist mir aus der seele weil das lustige ist die spawner sind alle auf höhe 37 versteht so beim dritten spawner muss ich erstmal definitiv ein bild machen wenn ich ein thumbnail habe wer war jetzt hier unten ich höre die ganze zeit spinnen spinnen für mich gar nicht so schlimm giftschwinnen finde ich ein bisschen schön gut ähm wo ist der attacker hergekommen und da ist ein fick dich creeper fick dich beide creeper hier geht mir hier nicht hoch ich sehe gleich schon in der nachricht beim wenn ich die creeper sieht sind sie kein problem sobald sie halt in der schlucht oder so von ne die hinger auch in den kowebs fest und dann ging es ja noch hoch mama ich habe ein problem um nach oben verdient umbauen ja kiste ich habe rote betes und wieder ein paar schienen fürs nächste maincard also ich habe noch mein schwert und meine picke und habe auch noch ein dia in der kiste macht ihr ein schwert und das erste rüstungsteil oder picke ja wenn daco jetzt wieder genug dias hat dann baut er für uns alle mit ich habe jetzt nicht mehr so viele dann musst du wieder fahren die aufgaben sind sehr klar verteilte aber es ist klar verteilte akkus der der die meiste zeit sowieso unter der erde ist auch wieder ich mache ein schwert und dann kann ich mir noch diamanten schuld also das ist jetzt echt selbst habe ich habe schon wieder ein sport das wird jetzt wirklich seltsam ich gucke dann mal im spectator mode wie groß der das ding hier ist okay muss aber doch schon gewaltig groß sein wenn das schon so anfängt irgendwie muss man auch ein bisschen lockt haben sonst würde ich einmal sagen sei sparsam mit den rohstoffen die wir haben aber ich habe jetzt aus diesem fahrgang allein ich brauche dann eine ich brauche dann schon mal so ich bestelle schon mal bei daco ein steck zwei stecks zwei stecks eisern kommt darauf an hab ich doch schon doch schon hast du nicht gesehen meine drei tote ich muss jetzt erstmal heil nach hause kommen ich habe nur noch ein halbes herz und nix zu essen ich habe wirklich schon noch ein halbes herz und man könnte auch sie ist da hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht getan weißt du aber wo du bist ich denke mal ach du scheiße da ist ein fettes loch vor der mine ja was ist denn da jetzt schon wieder weggetrunken eingang komplett wenn ich zu hause gekommen da ist doch nix eik soll ich dir helfen fangen nö nö brauchst du nicht ich habe jetzt nur gedacht vielleicht ginge spinnen oder sowas weiß ja nicht nein ich geh wieder er ist ein creeper ja geh besser hier ist nämlich auch eine spinne ach eine hexe ich wollte doch nur bisschen stein äh das hat sie nicht gut angehört eik nö nö alles gut alles gut aber jetzt mal wirklich weißt du wo du an grad ist nö wie nö du explodierst du nicht mehr ich bin eh gleich wieder tot ich hab schon wieder ein halbes herzen dann warte doch dann komm ich mit ich habe auch gerade gefragt nee ich will das alleine machen das mache ich aber in der nächsten folge ihr das ist die Dann, somebody, never.